So, jetzt ist es dunkel und es ist auch so richtig dunkel. Dies ist auch so richtig dunkel, weil jetzt da mach ich wieder so einen Test. Ich muss mal da nur vorbereiten von meinen Kopfhörern das Mikrofon. Hoffentlich passende Stelle. Jetzt werde ich ein Problem haben, weil mein Tablet ziemlich voll ist, was Speicherplatz angeht. Ich starte bei fast vollem Speicher mein Jam. Jam, Jam, Jam. Make Music, Make Music, Make Music. Das habe ich noch nicht probiert live etwas zu drücken. Ob daraus was wird, das habe ich noch nicht probiert. Und wie viel habe ich schon? Ich habe es nicht zusammengezählt. Also irgendwo im Bereich 2700, 2800 Tracks habe ich, ja. Wovon ich so live kaum einen Track gemacht habe. So, jetzt muss ich die Kabeln da bissl. Das ist nicht so einfach. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Sehr gefährliche Situation. In so einer Situation habe ich mal komplett neuen iPhone 4s Display ruiniert, das noch nicht benutzt wurde, das an und für sich ein geheimes Geschenk in Vorbereitung war. Na, leider. Aber das ist kein Problem. Ich habe immer noch die Möglichkeit mit iPhones 5s, aber da habe ich was verraten. Das macht ja nichts. Ach. 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 Ich habe festgestellt, dass ich da ein Knoten auf dem Kabel hatte und das hat sich verknotet mit dem Kabel zu einer der vier Festplatten und fast habe ich jetzt riskiert, dass eine Festplatte runterfällt. Ist Gott sei Dank nicht passiert, so. So jetzt, so, müssen wir irgendwo hier rein? Was macht es da? Moment, 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 Moment. So, dann machen wir ein kleines Stück. Was macht es da? Das gefällt mir nicht. Kleine Hauzebit Pizza. Und wieso? Aha, 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 aha. Neues Projekt? Das gefällt mir nicht. Ich muss auf Projekte gehen und neues Projekt machen. Das wollte ich nicht. My Music Projekte. Naja, bleibt mal nichts anderes übrig, als das so zu erledigen. Also, wir werden heute improvisieren. Na, das stimmt was nicht. Das stimmt grauslich was nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wieso habe ich kein Audio? Wieso habe ich kein Audio? Ich weiß, ist das, was wir nicht. Ich hoffe, ich hab das jetzt machen. Das stimmt. Na, da nach vorne sind. Aha. Projekt. Und jetzt müsste etwas langsam spielen. Ok. Ok. Mein erstes gewählte Instrument. und minor. Ich trecke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Live Session Ender